Du wirst auf einer Reise gehen, in das Gläderwüste, von kalten Norden über trockenen Wüsten, von den Regenwädern und Ozeanen bis zum kalten Bodensee. Und überall, überall wirst du Menschen treffen. Du wirst sie kennenlernen, wir leben an diesem Ort und freuen uns auch. Und manche davon leben bei deinem Freund werden. All diese Menschen verbindet etwas. Sie leben auf einer Linie, der sich einmal auf unsere Plane gegenzieht. Ich nenne diese Linie 834 Minuten. Und sie beginnt. Hier. Immer noch auf diese Reise gehen. Jetzt. Und damit willkommen zu einem kleinen Spezialvideo. Und zwar bin ich momentan im Klimahaus, im Klimahaven. Ihr seht jetzt die gesamte Ausstellung in einem Schnelldurchlauf. Und ich werde jetzt anfangen und einfach mal hier loslaufen. Einmal kurz on the top in der Schweiz. Und ich würde sagen, es geht halt auch direkt schon weiter. Wenn ihr die ganzen Orte jeweils ausführlich sehen wollt, dann schaut doch mal in den beiden Videos nach, die ich verlinkt habe. Ist ja wie gesagt nur eine kleine Schnellreise. Weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt bin ich in Sardinien angekommen. Ihr habt die ganze Zeit eine schöne Playlist. Und ich muss ja kurz laufen. Ich laufe jetzt durch die totale Stelle. Bis auf die Geräusche, die ihr selbst hier hört. Weil es einfach keiner mehr hier zuhört. Ich bin momentan komplett alleine hier drin. Das ist einfach so passiert. Falls ihr Sardinien genau sehen wollt, schaut in einem anderen Video vorbei. Wir gehen jetzt jedenfalls erstmal weiter. Ich bin momentan, ich bin momentan. Herzlich willkommen für mich jetzt in den Liga. Ich bin echt komplett alleine. Jetzt ist keine Säle mehr da. Und ja, das war der Liga. Wir gehen jetzt weiter nach Kamerun. Ich bin jetzt in Kamerun. Und es ist am Ende. Sie haben hier voll nicht, dass ich auch nicht der Liga bin. Es sind ja noch ein paar Leute da. Aber ich gehe jetzt schon mal weiter. Und jetzt bin ich schon in der Aktie. Das geht so schnell hier. Wenn man einfach durchrennt, sich nichts anguckt. Einfach nur mit der Kamera schnell durchlaufen. Das ist so schnell. Aber es ist auch hier geil, eine lange Sicht zu haben. Also schaut auf jeden Fall bei den anderen Videos rein. Wir gehen einfach weiter. Weil wir haben ja nicht viel Zeit. Los geht's. Und jetzt geht's. Ich bin in Samoa, das Gedächtnis hat. Es gibt übrigens einen zweiten Video, einen Teil. Da schicke ich eine Postkarte nach Samoa. Und dann kommt die wieder bei mir zu Hause an. Wann ich zu Hause ankomme, weiß ich nicht. Da werdet ihr auf jeden Fall ein Video drüber sehen. Wir gehen jetzt aber erstmal nach da hinten unten. In das Meerparadies. Und dann weiter Richtung Alaska. Durch Alaska bin ich durch. Ich glaube schon jetzt bin ich in Deutschland. Auf der Aluminium Langeneß. Aber wir haben ja nicht viel Zeit. Also die Reise geht direkt weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.